Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Noch mehr? Noch genug Munition? Ah! 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 Ah, schöner Mann! Schöner Arsch! Kriegt ihr im Kampf mal ein paar Kugeln zwischen die Leisten? Kommt mit etwas Glück ein guter Kumpel mit einer knackigen Adrenalinspritze vorbei. Hier da! Du Peller! Oh, danke, Alter! Kein Problem hinter Gärten. Hier dazu, wenn du eh gerade dabei bist, vielleicht mir dieses Gaskompatt aufmachen. Und diese Steuererklärung, die musste ich bis vorgestern raus. Ah, doch! Moment, ich muss gerade überlegen. Okay. Mein Arsch! Mein schöner Arsch! Ah! Kommt ihr? Seid ihr? Nein! Decks vergessen! Scheiße! Ah! Ah! Mein Arsch! Mein schöner Arsch! Mein schöner Arsch! Ach, kriegt ihr im Kampf ein paar Kugeln zwischen die Leisten? Kommt mit etwas Glück ein besonders guter Kumpel mit ein paar aufmunternden Kommentaren und einer rettenden Adrenalinspritze vorbei! Du Peller! Danke, Mann! Kein Problem, Bruder! Ja! Zu lang! Ja! Ah! 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 Mein Arsch! Mein schöner Arsch! Ah! 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 Einen schönen Arsch! Kriegt ihr im Kampf ein paar Kugeln zwischen die Leisten? Ah! Kommt mit etwas Glück ein richtig guter Kumpel mit ein paar aufmunternden Kommentaren und einer leckeren Adrenalinspritze vorbei! Du Peller! Ah! Ah! Danke, Mann! Kein Problem, Digga! Wenn du gerade dabei bist, kannst du mir noch das ganze Kompott hier aufmachen! Danke! Hier Mann! Ah! Danke! Dann leg ich einfach da hin! Und dann hab ich hier noch diese Steuererklärung, wenn du eh gerade da bist! Ah! Ah! Arschloch! Arschloch! Das habe ich auch alleine. Ist ja nicht weit. Ich kann ja fast noch laufen. Afrika ist nicht groß. Wir sind fertig. Hat das geklappt vom Timing? Ja. Moment. Kriegt ihr ein paar Kugeln zwischen die Leisten? Kommt mit etwas Glück ein guter Kumpel mit aufrunden Kommentaren und einer leckeren... Ja, okay. Ah, mein Arsch! Mein schöner Arsch! Kriegt ihr im Krieg ein paar Kugeln zwischen die Leisten? Ah, dann kommt mit etwas Glück ein guter Kumpel mit ein paar tollen Kommentaren und einer leckeren Adrenalinspitze vorbei. Hier da! Du Penner. Ah, danke, Alter. Ah! 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 Das war zu lang gedauert. Ich habe den Scheiß-Ding nicht gekriegt. Ah! Ja, Moment. Motorrad. Ah! Ja! Mein Arsch! Mein schöner Arsch! Kriegt ihr im Krieg ein paar Kugeln zwischen die Leisten? Ah! Dann kommt mit etwas Glück ein guter Kumpel mit ein paar aufmunternden Kommentaren und einer leckeren Adrenalinspitze vorbei. Scheiße! 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 Ah! 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 Das war kein Problem der Ger vous. Die Katzen, wenn du eh gerade dabei bist, wirst du mir dieses Gas-Kompott aufmachen. Und diese Steuererklärung, die musst du bis origine��터 raus! Ah! Ah! children! Ah! Ah! Das reicht mir. Ich schlafe jetzt ein bisschen. Ey! Ich will der Kameras mal im Gesicht. Du Penner, komm, komm! Okay. Wie geht's den Knien? Das war's, oder? War der okay? War der okay? Das war Bingo.